was geht ab leute wir sind back mit my hero academia und kommen zum aktuellen chapter 423 und das was shigaraki und all for one sind geschichte die existieren mit diesem kapitel nicht mehr gilt das gleiche für one for all das ist die ganz große frage denn im umkehrschluss bedeutet das auch dass uns vielleicht noch ein bisschen was übrig bleibt vielleicht so 456 kapitel und dann war's das dann ist die geschichte vorbei zehn jahre my hero academia werden in den kommenden wochen ein ende finden ich kann es ehrlich gesagt noch nicht ganz glauben dass wir jetzt auf der zielgeraden uns befinden aber es ist so leute das ist crazy und deswegen werden wir uns diese review ganz genau anschauen da gab es auch ein paar positive aspekte aber vielleicht auch ein paar negativ aspekte dementsprechend gehen wir jetzt rein das heißt auch für euch lasst gerne ein abo da aktiviert die glocke daumen nach oben nicht vergessen und ab dafür so friends wir wissen natürlich alle wie das letzte kapitel aufgehört hat und zwar mit dem finalen schlag von deco und das war anscheinend wirklich der finale schlag wie es den anscheinend hat denn das ist der schlag der shigaraki all for one ins jenseits befördert dieser schlag hat so viel power so viel impact dass es dazu führt dass der körper von shigaraki all for one crumbled also der zerfällt in alle einzelteile und das ist interessant wie ich finde denn es gab ja auch lange zeit theorien und ich habe ja auch damals ein theorie video gemacht was passieren würde wenn shigaraki one for all vollständig aufnehmen würde dann würde es ihm ja genauso ergehen wie deco oder zumindest die vorstellung von deco die er hatte als all might ihm erklärt hat ja wenn du one for all einfach ohne training übernimmst dann wirst du zerbrechen dann wirst du das ganze nicht überstehen und wie wir auch wissen ist shigaraki inzwischen ein rentner also er hat den körper eines rentners dementsprechend ist der körper viel fragiler und wenn jetzt deco diesen transfer vollständig abschließen würde dann würde ja auch vom prinzip her sein körper zerstört werden das ist passiert und somit ist diese alte theorie tatsächlich wahr geworden aber es ist nicht so dass shigaraki one for all geklaut hat sondern dass deco gewaltsam one for all in shigaraki oder in all for one reingezimmert hat was eben dann diesen zerfall forciert hat und das ist hier der ganz kleine aber feine unterschied was aber noch zusätzlich dazu kommt ist die tatsache dass deco one for all zwei weitere jahre kultiviert hat das heißt diese zwei jahre kommen auch noch mal hinzu und dementsprechend ist diese zerstörung deutlich stärker als wenn es zum beispiel all might gemacht hätte da sind noch die ganzen quirks dabei die sind ja dementsprechend deutlich stärker geworden durch one for all denn die quirks haben ja dazu geführt dass der körper beziehungsweise die seele zerstört wurde und somit ist das eine zum anderen gekommen durch das letzte kapitel konnten wir eine weitere ganz spannende sache beobachten und zwar das loch von all for one das hat zum bluten angefangen und ich habe mir dann schon so ein bisschen gedacht ja was hat das denn für einen sinn und da haben wir auch die antwort denn die super generation funktioniert nicht mehr die hat ihre grenze erreicht und somit ist der körper nicht mehr auf dem level wie er eigentlich sein sollte das kommt zum einen aufgrund von one for all aber auf der anderen seite durch danger sense oder durch die klasse 1a die natürlich alleinstehend keine bedrohung sind aber im kollektiv sind sie durchaus gefährlich und das hat eben auch dazu geführt dass danger sense die sinne abgestumpft hat also genau die problematik die ich auch schon mal des öfteren angesprochen habe wenn zu viel danger sense ist dann wird man irgendwann baller baller in der birne und das ist anscheinend bei all for one passiert und das konnten wir auch schon bereits in vergangenen kapiteln beobachten dass man immer wieder danger sense gesehen hat immer hier und da mal ein bisschen das heißt er war da schon ziemlich an der grenze und jetzt ist es eben so dazu gekommen dass er gar nicht mehr gecheckt hat was eigentlich abgeht oder seinen körper im auge behalten konnte weil überall gefahr war an allen ecken und enden der schlag von deko war auf jeden fall alles entscheidend aber das führt nicht nur dazu dass der körper von shigaraki all for one zerfällt auch die ganzen quirks die sich ausgebreitet haben auf dem schlachtfeld die beginnen zu verschwinden also ist das wirklich eine alles oder nichts auflös aktion die hier all for one unfreiwillig betreibt er versucht natürlich alles erdenkliche um den zerfall aufzuhalten indem er mit seinen quirks irgendwie den körper zusammenhält also notgedrungen zusammenhält und sagt nö es ist noch nicht vorbei ich mache weiter ich bin der dämonenlord ich bin derjenige der alles plant dies das ananas und er will auch wieder ein neues gefäß finden damit er seinen quirk und sich selbst in einen anderen menschen transferiert um diesen körper dann zu übernehmen das ist ein ganz großer plan und er kann einfach nicht loslassen aber deko hat gar keinen bock mehr und sagt du bist fertig all for one du hast fertig ich erledige dich hier und jetzt und jetzt kommt eine etwas überraschende mini wendung in diesem kapitel und zwar schaltet sich kurugiri ein der das ganze nicht akzeptieren kann dass all for one den körper von shigaraki übernommen hat und versucht jetzt shigaraki zu retten das ist by the way ein kleiner callback zur staffel 1 als all might gegen nomo gekämpft hat da gab es eine ganz ähnliche situation als deko versucht hat all might zu retten und dann kam genau in diesem moment kurugiri wie es auch jetzt der fall ist aber nur mit dem unterschied dass deko versucht all for one shigaraki zu vernichten und nicht all might zu retten und genau wie damals auch kommt barkugo um die ecke und greift kurugiri an damit deko freie bahn hat und das ist für viele ein bisschen weird und ich muss sagen ich fand es auch weird denn barkugo war ja eigentlich am boden und hat gar nichts mehr zu melden gehabt im finalen kampf aber ich denke man wollte da unbedingt diese parallele einbauen hätte man vielleicht besser andeuten müssen also dass wir vielleicht noch ab und an ein kleines barkugo panel bekommen um das ganze ein wenig besser herleiten zu können das wäre mein einziger kritikpunkt gewesen jetzt kommen wir zu einer stelle die ich ein bisschen eigenartig finde denn für mich war all for one immer ein willen der böse ist also der durchaus böse ist und durch und durch böse ist wie es hurikoshi zuvor beschrieben hat war er halt dieser narzisstische egoist der alles für sich beanspruchen wollte der keine empathie hatte der nichts hatte und jetzt ist er doch jemand der jemanden liebt oder wird das ganze nur so dargestellt dass er seinen bruder joichi liebt ich habe keine ahnung auf jeden fall sagt deko selbst du bist ein missverstandener typ du bist nicht der dämonen lord du bist einsam das fühle ich gar nicht muss ich sagen die stelle mit all for one für mich war all for one immer das pure böse so wie mahito in jjk oder sukuna in jjk das war für mich immer so all for one in my hero academia und ihm jetzt sozusagen dieses typische klischee aufzuerlegen oh ich bin der missverstandene bösewicht eigentlich wollte ich nur liebe eigentlich wollte ich nur meinen bruder dann würde es mir besser gehen denn wir wissen ja auch schon bereits durch die ganzen flashbacks dass er immer für sich gehandelt hat auch als er seinen bruder hatte hat er ihn nur angesehen als ding was man besitzen muss da war nichts mit empathie oder mit liebe da ist gar nichts gewesen deswegen finde ich das in diesem aspekt schon eigenartig von horikoshi das jetzt so darzustellen aber sei es drum das müssen wir mehr oder weniger akzeptieren wie all for one nun zu ende geschrieben wurde was ich hingegen aber gut finde dass die ganze thematik mit all for one und one for all weiter beleuchtet wird denn all for one wollte immer seinen bruder bei sich das ist vollkommen okay das ist auch teil von all for ones charakter deswegen wollte er one fall immer für sich beanspruchen eine thematik die ich nicht ganz verstehe ist die dass die spuren von one for all immer noch da sind die wurden ja eigentlich zerstört durch diesen impact um shigarakis hass zu zerstören und yoichi ist auch noch am start also der kern von one for all irgendwie hat es deko geschafft die aufzuwecken mit dem letzten transfer und was ist damit genau gemeint also yoichi sagt er kann jetzt one for all perfekt regulieren er hat one for all vervollständigt war doch noch ein bisschen von yoichi in deko oder deko einfach diese glut das feuer komplett in shigaraki all for one transferiert denn daraufhin reagieren die spuren von one for all die eben dann auch all for one angreifen und was hier ganz spannend ist ist der fakt dass shigaraki tomura oder tenko shimura wie auch immer der zehnte one for all nutzer ist leute das ist jetzt real auch wenn es nur für ein paar sekunden ist aber dass shigaraki auf der seite der one for all nutzer kämpft zeigt ja schon ey ich bin jetzt auch ein one for all nutzer und das ist auch eine theorie die es schon lange gibt also dass tenko der zehnte one for all nutzer ist und jetzt ist es anscheinend so dass dem wirklich so ist und ich find's unfassbar cool leute da hört es aber noch nicht auf denn deko und shigaraki kämpfen zusammen gegen all for one und vernichten all for one in shigarakis körper und das ist eine weitere theorie die nun bestätigt wurde das wurde ewig lang durchgekaut dass es möglich wäre dass ich deko und shigaraki zusammen tun um all for one zu vernichten real talk das panel was wir dann sehen ist auch zehn von zehn fühle ich anders wir sehen wirklich wie all for one sich auflöst auf der rechten seite deko und auf der linken shigaraki mit den one for all spuren das nächste panel ist umso spannender denn wir sehen wie die hand von shigaraki und die hand von deko sich berühren und dazwischen ist blut diese stelle erinnert mich übertrieben krass an den zweiten academia film da gab es ja auch den vermeintlichen transfer von one for all als deko barkugo one for all gegeben hat und jetzt kann man sich ja schon zusammen reimen was da wohl passiert ist ich kann mir vorstellen dass deko wieder one for all bekommen hat von shigaraki ganz ehrlich das wäre übertrieben unbefriedigend wenn deko am ende nichts mehr hat also keinen quirk keine fähigkeiten gar nichts mehr das würde ich gar nicht feiern von daher denke ich dass dieser moment dafür gesorgt hat dass one for all wieder in die richtigen hände kommt deko und shigaraki das ist der ganz große konflikt auf der die geschichte aufbaut und dementsprechend ist es auch wichtig dass wir zu diesen beiden charakteren ein bisschen input kriegen und ja den haben wir ich hätte mir gewünscht dass dieses gespräch ein bisschen länger geht denn ein paar panels zu haben ist ganz nice und im grunde genommen haben wir auch eine konklusion für shigarakis charakter aber ein bisschen länger wäre nicht schlecht gewesen so ein ganzes kapitel oder ein halbes kapitel im endeffekt kann man das ja ein bisschen ausbauen shigaraki hat seine sicht beweise seine ganzen standpunkte erklärt dass am ende vielleicht doch dieses kleine kind ist dass er nicht alles zerstört hat und deko dementsprechend auch darauf geantwortet und das ende vom lied ist dass shigaraki alles zerstört hat auch sich das ist die ironie des schicksals würde ich behaupten und dieser letzte schlag von deko führt eben auch dazu dass die sonne sich wieder zeigt dass der himmel aufklart und das jetzt das wirkliche finale beginnt die letzten kapitel werden in den kommenden wochen rauskommen und dann ist die geschichte vorbei wir befinden uns in dieser phase und eine zeit ohne my hero academia kann ich mir noch nicht ganz vorstellen und ich denke euch geht's genauso aber lasst mir gerne eure meinung zu diesem kapitel unten in den kommentaren da macht die tausend likes voll das würde mich auch freuen ansonsten hören und sehen wir uns in weiteren videos wieder bis dahin und bis dahin bis dahin bis dahin bis dann bis dahin 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017